Einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich euch. Ganz kurz Rückblick und dann Ausblick nächste Woche. Diesen Chart kennen wir schon, darüber rede ich schon seit zwei bzw. drei Wochen und ein bisschen das Gefühl zu geben, wo wir im Markt stehen. Okay, um genauer darüber zu reden, gehe ich ganz kurz dann nachher im Details-Chart, aber wir haben schon, wie wir gesprochen haben, vor zwei Wochen und da fängt es eigentlich die Situation an, wir sind immer noch in diesen Seitwärtsbewegungen und wir sehen, den Maximalbereich, der gehalten hat, zeige ich gleich auf dem anderen Chart und wichtig ist auch der Boden, dass das natürlich auch am Donnerstag wunderbar verteidigt worden ist. Ich schalte kurz auf den anderen Chart, um besser den Rückblick zu besprechen. Es sieht wieder mittlerweile chaotisch aus, aber so ist es halt eben mit den Arbeitscharts. Seitdem wir über den Maximal gesprochen haben, das ist genau der Sonntag vor zwei Wochen, für mich war der Maximalbereich 13.180 und von diesem Bereich, also maximal und das dürfte nicht überwinden, dann haben wir mit dem Impuls Down gerechnet. Ihr habt damit auch gerechnet, dass ich noch einmal den Boden, also den grünen, den ich vorher gezeigt habe, als Ziel im Visier habe. Letzte Woche, am Freitag letzte Woche, haben wir mit einem Up zu tun gehabt, das es am Montag geheißen hat. Immer noch ist für mich ein ganz wichtiger, es gibt zwei Bereiche, es ist eine Bremse, der für mich 13.050 bedeutet, ist es an einer Seite, aber noch wichtiger ist der Make or Break, der 12.950 ist. Dafür habe ich in dem vorletzten Video sehr gut und sehr viel und ausführlich geredet, dass es für mich ab diesem Bereich eigentlich den Impuls Down, wenn der Maximalbereich 13.180 hält, für mich ist dann mit dem Impuls zu rechnen. Wir haben den Trend 12.710 festgelegt und an diesem Abend war relativ klar, wir haben mit einer Bewegung zu tun, der immer wieder einen Anlauf nehmen muss und weiter zu fallen. Meine Trader wissen, als der F-Tax dann den, also fast den mittleren Bereich erreicht hat, 12.540, für mich war ganz klar, mit einem Long nicht mehr zu rechnen. Also das heißt, es ist immer wieder der Flumme-Effekt, außerhalb dem Vormittag, den nochmaligen Test, den 12.540, bedeutete für mich nicht mal so kurzfristig Long zu versuchen, denn alles unterhalb von 12.600 heißt, dass der Ron eigentlich jetzt keinen Halt zu finden hat. Und diesen Halt erst einmal bis Donnerstagmorgen, der unterhalb von der zweiten Ellipse begonnen hat, denn Ron gab es bis zum unteren Bereich, bis ich leider gar keinen Seher vorgesehen habe und innerhalb von Sekunden war für mich Exit eigentlich eine richtige Entscheidung, denn bis zum Bereich 12.425 gibt es keinen vernünftigen Stopp und für mich wäre der Bereich 12.300 bzw. 12.270 im Vergleich zu dem Stopp eigentlich zu weit weg. Okay, deswegen Exit und Exit war die richtige Entscheidung. Seitdem haben wir immer etappenweise eigentlich mit dem DAX zu tun gehabt. Ich habe euch mehrfach gesagt, mehrfach geschrieben, 12.570, 12.600 ist für mich immer noch den wichtigen Bereich und nach unten zwei ganz wichtige Linien unterhalb von 12.490, die ich für euch als Tagestrend markiert hatte, musste wirklich der Markt einen ganz größeren Impuls, einen kräftigen Impuls geben, um unterhalb von 12.425 Gelenken zu können. Also das heißt, erst darunter wird der Markt an diesem Donnerstag erst wirklich gefährlich werden. Ansonsten, so wie ich euch geschrieben habe, mit einem False Break zu rechnen. False Break bedeutet, dass der Tagestrend, das für euch 12.490 war, erneut erobert werden kann und EFTAX wird es halt eben diesen Bereich angreifen. Am Freitag, also diesen Bereich hat der Michael sehr gut im Trading Journal auch abgebildet und betreut. Das bedeutet, dass es diesem Bereich ein kurzer Rückgang natürlich sehr wahrscheinlich war mit einem wirklich ganz kleinen, überschaubaren Stopp, aber immer noch den Tagestrend zu beachten ist und wir sind wieder mehrfach da oben gewesen bis zum, für Swing Trader, der wichtigste Bereich und Trendbereich 12.710. Und das heißt, alle diese, diesen Bereichen könnte man, man hat ja gesehen, denn Long seitdem EFTAX geschafft hat, oberhalb von oberen Downtrends, also 12.425 zu gehen, der hat zwar immer wieder die Korrekturen und wirklich präzise, präzise mitnehmen könnte, mit präzisen Stopp meine ich, Er hat aber immer wieder nicht geschafft, diesen Downtrends wieder zu gewinnen, bis zu den oberen Grenzen, bis zu dem Trend. Und das ist eine von den absoluten Merkmale einer Seitwärtsbewegung, die wir beim ersten Chart gesehen haben. Damit muss man rechnen, solange der Markt in diesem Seitwärts ist. Gut, vom Montag, also wie gesagt, am Freitag haben wir ja bereits den Zeichen von dem Markt erhalten. Eine bessere, ähm, bessere Zeichen könnten wir nicht haben, denn oberhalb von Tagestrend und dann oberhalb von 12.600 hat der Markt selbst gezeigt, bräuchte man keinen Kommentar von dem Markt haben, obwohl der Michael auch super kommentiert hat in dem Trading Journal. dass das 12.710 zu rechnen sei. Und ab diesem Moment wieder einmal den CR4 für einen Day Trading Short auf jeden Fall gegeben ist, bis zu diesem Maximalbereich, der jedes Mal eben nach oben kommt. Für uns bleibt vom Montag diesen beiden Bereichen ganz wichtig. Das heißt, schafft der F-DAX noch einmal das Gleiche zu machen, wie letzte Woche der Fall war, haben wir wieder zwei Anhaltspunkte für den Markt und das wäre 12.45 und 12.490. und dann wird es dann nicht mehr wie Donnerstag und Freitag ist, dass es, dass er der Seitwärtsbewegung nach oben immer wieder angehalten wird. Dann wird es wahrscheinlich darunter wieder einmal Impuls bilden und den Impuls wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich den Bereich 12.700 und 12.200 Bereich erreichen. Nach oben haben wir oberhalb von 12.710 und maximal 12.750 ganz klare Extension bis, genauso wie letzte Woche war und ich zeige es euch, wie präzise der Markt alle diesen Stops genauso gehalten hat, würden wir noch einmal den ober- und unteren Grünbereich 12.800, 12.840 sehen und in diesem Knotenbereich, also wir haben mit zwei Knotenbereichen oben zu tun, der wirklich ganz klaren Impuls brauchen, um überwinden zu werden. Und genauso haben wir im Moment den Knotenbereich in Richtung, nicht in Richtung, sondern es ist fast genauso, 12.400, 540, 12.490. Ich würde sehr kurz gerne mal auf Nasdaq zurückgehen. Genauso wie DAX der Fall ist, wir haben seitdem wir mit negativen CRV oben zu tun hatten und ich habe auch diesen, diese Chart sehr genau erklärt, wo die Gefahren gezeigt werden. Also letzte Woche war ganz klar die Rede von 11.970, denn unterhalb der 11.970 immer noch den Verkaufssignal, verstärkte Verkaufssignal zu rechnen ist und mit einem Ziel und minimalen Ziel hatten wir bis zum 11.600 und das ist ein Mussziel gewesen und 11.500. 11.500 ist uns alle bekannt von dem ehemaligen Chart, wenn ich den mal noch einmal zeigen darf, von Maximalbereich Extensionsbeginn bis zum Extensionsmaximal und ich habe euch jetzt diesmal den Abgrund genannt, denn unterhalb von Mussiel 11.500, 540 wird Nasdaq relativ sicher bis 11.100, 11.130 gehen. Das heißt, in diesem Bereich, solange er da drüber, über diese Grünen bleibt, er darf dann extensieren, allerdings, wie gesagt, begrenzt bis zum 11.970. Also das heißt, erst da drüber können wir über den bullischen Zeichen reden und darunter definitiv haben wir mit bärischen Zeichen zu tun. Was mich im Nasdaq dann immer wieder aufgehalten hat, war letzte Woche definitiv den größeren Stopp, weil auch Daytrading in einem Seitwärtsbewegung muss man nur oder darf man nur mit kleinen Stopp reingehen, um den sozusagen den Abprall im Markt zu handeln. Alles andere hat relativ großen Stopp, weil solange diesen Bereich, der Mussziel ist, Mindestziel ist, nicht gesehen hat, könntest du keinen vernünftigen Stopp für Nasdaq auch finden. Das gleiche, wie gesagt, hatten wir im DAX gehabt, im Bereich 12.490, weil da relativ der Rutsch klar war. Also man kann zwar Daytrading für ein paar Punkte, 50 oder 60 Punkte handeln, aber die Gefahr auf unserer Seite, dass es relativ fix geht, ich gehe nochmal auf den Chart und damit meine ich genau diesen Bereich, man hätte können einen relativ kleinen Stopp haben im Daytrading. Ich habe euch ganz schnell mit dem Video angekündigt. Und Leute, ich würde es auf jeden Fall, wenn ich longen würde und meine ich long hedgen würde, würde ich mit sehr, sehr kleinen Stopp gehen, wenn der Markt hier abrutscht und die Gefahr für mich war relativ groß, eigentlich sehr groß, dass dann keinen Halt findet bis zum eben den unteren grünen Bereich. Und das heißt, das weiß man nicht immer vorher, am Abend zuvor, das bedeutet für mich im Bereich von 11.000 und 12.300. Es ist wirklich spannend, nächste Woche, solange oben der Bereich den 12.710 und maximal 12.750 im Intraday nicht übersteigen kann. Und sobald diese Grauzone von dem Markt wieder erobert wird nach unten, würden wir die Gefahrseite ganz groß zu spüren haben. Es ist immer noch nicht in Gefahr vorbei. Erst dann, wenn der Markt wieder einmal schafft, sich oberhalb von 12.710, 12.750 zu stabilisieren. Stabilisieren heißt ja zumindest mal, dass da ein Run nach oben gibt, haben wir mit der unteren Seite immer noch zu tun. Das heißt, Achtsamkeit ist geboten, die Wahlen kommen näher. Es muss immer noch damit gerechnet werden, dass immer noch ein guter oder ein schlechter Nachrichten, ob das mit der Wahlen zu tun hat oder mit Corona zu tun hat, dass ich seit zwei Wochen immer wieder zwar damit warne, aber die Richtung für mich immer noch auf der Down-Seite immer noch gefährlich ist, muss man rechnen und wie gesagt, diesen beiden oberen und unteren Bereich im Moment ziemlich begrenzt und Eftax hat sich am Freitag dazwischen eigentlich ausgeruht und ausgependelt. Wichtig ist das für Daytrading, den oberhalb und unterhalb wirklich genauer anzuschauen und nicht einfach so im Markt reinzuspringen. Die Wahrscheinlichkeit auf solchen Impulsen ist relativ groß momentan. Wir sind einfach in einem Seitwärtsbewegung mit einer enormen Gefahr auf unterer Seite und nicht der oberen Seite. Die oberen Seite braucht wirklich einen Schub und einen klaren, wie zumindest mal am Donnerstag, das ich euch auch immer wieder gesagt habe, das ist wichtig, nicht zu optimistisch auch in den Long zu gehen und immer wieder genauso wie hier Long oder Hedge Long muss hier gesichert werden, weil der auf Gegenrichtung ist einfach mal den CR4 in solchen Bereichen immer größer. Das heißt nochmal im Klartext, diesen Bereich und diesen Bereich gerade ganz klar in der nächsten Woche im Visier zu halten und einfach schauen wir gemeinsam, was das Zeichen der Markt ist und ich werde ganz sicher nah am Markt bleiben und euch, bevor ihr genauso wie hier ganz schnell den Exit oder auch den Anzeichen zu geben, dass der Markt jetzt für diese Seite oder andere Seite mehr gefährlich ist. Ich wünsche uns auf jeden Fall eine gesunde Woche und vor allem auch eine erfolgreiche Woche. Alles Gute, bis dann!